Die Welt wurde zerschlagen, sie schreit vor Schmerz. Wir müssen ihr helfen. Wir vertrauen euch, den Behütern, unserer Heimat an. Lass das Land schlummern, selbst vor unseren Augen verborgen. Ihr werdet unsere Rückkehr spüren, wenn das Land erwacht. Dann müsst ihr das Signal von Thyrs Nadel entfachen. Sonst bleibt uns der Weg nach Hause versperrt. Jetzt, für immer. Lass das Land schlummern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Welt heilt, aber ihr Schicksal ist immer noch ungewiss. Gemeinsam werden wir erneut Azeroths Beschützer sein. Hier beginnt das neue Zeitalter der Drachen. Die Welt heilt, aber ihr Schicksal ist immer noch ungewiss. Die Welt heilt, aber ihr Schicksal ist immer noch ungewiss. Vielen Dank.